hallo 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 zu einem neuen autofritz video was ist ein wichsgobben was ist ein wichsgobben tja wenn du das nicht weißt dann wird sich interessieren was noch so falls für begriffe gibt aus meinem lustigen ordner ein spiel dass man eigentlich so zur weihnachtszeit adventszeit gut spielen kann da geht es also um den wichsgobben um den kacken russen was bedeutet kacken russen und andere begriffe insgesamt sind es jetzt hier 23 und ja wenn du mal die beschreibung dann runter scrollt in diesem video dann wirst du diese begriffe alle finden und bei ein zwei begriffen vielleicht auch drei werde ich die lösung dazu schreiben und ja du kannst dann raus von versuchen rauszufinden was die anderen begriffe alle bedeuten saunilog was jetzt noch brecht hier kacken rosen haben schon gesagt na ja wo am strich mutsch wo am strich mutsch was bedeutet wo am strich mutsch es ist logisch rauszufinden das kann ich dir schon verraten und ja wenn es dir gefällt kannst du es dann auch die rausschreiben raus kopieren drucken und bei irgendeinem fest einer party vielleicht am heiligen abend als spieler auf den tisch legen und die ganzen leute beraten lassen was diese kuriosen begriffe zu bedeuten haben also was ist ein wichsgobben finde es raus schreibt eine lösungen gerne in die kommentare und vielleicht fallen dir ja auch ein paar begriffe ein die in dieses system hineinpassen vielleicht auch ganz einem anderen thema und ja viel spaß damit bis zum nächsten video dein auto fritz ciao ciao